In den Raum, wo wir... Ach, in den Memorial-Raum... Ach, ja... Die gute Wodka-Kotzlover. Fünf Missionen... ... neun Kills. Kotzlover, RIP. RIP. RIP, Kotzlover. RIP, Wodka. RIP in Peace, Kotzlover. Wir müssen natürlich jetzt eigentlich mal noch einen neuen Charakter machen. Und dann die Tochter, keine Ahnung, Sake Kotzlover oder so. Nein, wir sind richtig einfallsreich. Wir nehmen ne zwei dahinter. Wodka 2, Kotzlover. Ja, Mann. Haben die Russen... Jawohl, danke, Jake's 47. Hashtag RIP Kotzlover. Ja. Sehr geiles Bild. Ich kann so nicht in Deckung gehen. OMG. Ja, danke. Was für ein Bild? Im Stream hat Jake's 47 einen Link gepostet. Ich seh nur noch das Hashtag. Davor? Das seh ich nicht mehr. Okay. Ich war nicht draußen. Nochmal. Moment, ich post nochmal. Okay. Ja, ich find's echt schade. Ich kann nicht in Deckung gehen. Ich mochte Kotzlover, aber ich hab die einfach dumm in den Tod geführt. Das war einfach... Ich kann nicht in Deckung gehen. Weser geht dir nicht in Deckung. Das ist gut. Das ist gut.